Georgia Fofler, Victoria und X-27, Essie Krep Model heiratet gleich zwei Traumkleidern. Nur ein halbes Jahr nach Verlobung hat Model Georgia Fofler, 30, den Unternehmer Nathan Dalla geheiratet. Das Paar, das im September 2021 eine Tochter bekam, hat im Rahmen einer intimen und glamourösen Gartenhochzeit in Australien ja gesagt. Für die Trauung fiel Georgias Wahl auf ein Design von Vivienne Westwood. Überraschend kam dies für das Model jedoch nicht. Seitdem ich denken kann, wollte ich ein Kleid von Vivienne Westwood an meinen großen Tag tragen, verriet sie dem australischen Hochglanzmagazin Vogel. Bei ihrer Robe handelt es sich um ein fließendes Satin-Kleid mit Kausage im typischen Stil der verstorbenen Designerin. Es ist eine große Ehre, ein Design aus ihrer letzten Kollektion zu tragen, erzählt Georgia stolz. Die Haare trug die Neuseeländerin ganz klassisch in einem strengen Dirt mit langem Schleier. Auch bei den Accessoires hielt sich Georgia zurück und setzte auf Berlenohrringe und ein schlichtes Armband. Der Fokus lag also voll und ganz auf dem drapierten Vivienne Westwood-Kleid. Doch bei einem Traumkleid blieb es bei Georgia nicht. Weiter Fotoaufnahmen zeigen das Model in einem etwas ausgefalleneren Design von Daniel Frankel. Das speziell für Georgia entworfen wurde. Ich liebe die Eigenart, den Humor und die Modernität ihrer Kleider. Schwärmt Georgia. Das Kleid besticht durch eine futuristische Kausage mit abgesetztem Brustteil und einem romantischen Tüllrock. Mit einem dünnen Seidenschal macht sie den Look noch moderner. Die Haare trägt das Model. Anders als bei der Trauung, in einem tiefen und leicht zersausten Dutt. Während das Vivienne Westwood-Kleid ganz im Stil des Models ist, scheint es von der Wahl seines zweiten Kleides selbst überrascht zu sein. Hätte mir jemand gesagt, dass ich ein Petticoat-Kleid aus Tüll gewählt hätte, hätte ich euch nicht glaubt. Erzählt Georgia Vogel. Die Verlobung des Paares im Sommer 2022 fand während eines Shootings für eine Tiffany & Co. Kampagne statt, bei der Nathan sowohl das Model als auch den Kunden mit der unerwarteten Frage überraschte. Der Moment wurde natürlich auf Video festgehalten und überglücklich von Georgia auf Instagram geteilt. Nun besiegelt das Paar sein Liebesglück mit der Eheschließung. Muzik, jos păzescu, jos ponta, sus cu rapu, ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapu, de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapu și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbință, ajungă la ea doar nasta cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. D-aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele dante printre tale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete lumea de din capă rupte, obele bat cu inima deodată, nu le opresc că nu s-a atât.